Hallo und herzlich Willkommen beim Bausimulator 2015 zusammen mit dem Doc. Moin YouTube, hallo. Oh, hier rennt so ein kleiner Typ rum. Okay, warte mal, was brauchen wir den Muldenkipper, ne? Genau, den hast du ja schon vollgeladen und damit muss ich jetzt zur Baustelle hinkommen. Wo ist denn jetzt die blöde Baustelle wieder? Äh, da, ne, da nicht, sondern da. So, dann. Baustelle. Wir machen Fortschritte auf jeden Fall, das freut mich. Ich dachte, ich müsste jetzt noch alle kleinen Teile holen, aber natürlich habe ich da beim letzten Mal dran gedacht. Ist ja quasi Pflicht. Gerade bei mir. Ja, eigentlich schon. Wir hatten ja eigentlich auch immer reichlich vorgearbeitet und die Sachen bereitgestellt, sodass wir immer nur ganz schnell noch verbauen müssen. Und ich meine, also im Regelfall macht man das auch so, dass die Sachen nicht erst dann kommen, wenn sie gebraucht werden, sondern... Ja, okay, also ich sag mal, wenn du gerade noch Kanalisation und Fundament und sowas machst, dann kommen jetzt auch nicht unbedingt die Dachwannen, aber... Ja, natürlich, klar, das ist logisch. Ja. Ein bisschen... Was mir hier gerade auffällt, bist du mal durch den Tunnel hier gefahren, zwischen dem Dorf und der Stadt? Ja, der ist ewig lang. Naja, äh, da haben sie jetzt die Beleuchtung geändert, die ist so leicht gelblich. Und der Sound, der ist ja ätzend laut. Hehehe. Der ist jetzt irgendwie... Also der Motorsound, der wird auf einmal dann, wenn du im Tunnel drin bist, doppelt so laut. Schön. Und der ist natürlich auch so angenehm, ne? Ja, ja. Ja, und heilt halt so ein bisschen, ne? Es hört sich so ein bisschen an wie im Tunnel, aber meiner Ansicht nach viel zu laut. Ob einer gerade sämtliche Fenster aufgemacht hat, da noch im Tunnel. So, und jetzt höre ich auf einmal gar nichts mehr innen drin, weil ich... Ah, den Fehler hattest du aber schon früher auch schon mal, ne? Nee, 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 äh, weil ich habe jetzt meine Boxen, ich habe ja den In-Game-Sound, den habe ich ja auf meinen Boxen, habe ich ja Lautsprecher. Und, ähm... Und jetzt habe ich, ich kann die über die Tastatur, kann ich die ja steuern hier, meine Lautstärke an den Boxen. Und die hatte ich aber im Tunnel so jetzt so weit runter gedreht, dass das erträglich ist. Und jetzt draußen höre ich gar nichts mehr. Achso. Jetzt muss ich sie wieder hochdrehen. Jetzt muss ich sie wieder hochregeln. Äh... Aber wir haben eigentlich fast alles hier stehen, das ist... Ja, wir haben alles hier stehen, wir müssen halt nur alles umladen. Ja, naja gut, ich hole jetzt halt die Erde. Äh, die wir noch reinschütten müssen wollen, ne? Jo. Obwohl, wir haben doch da jede Menge Erde ausgebaggert, kann man ja nicht einfach wieder... Naja, egal. Ja, aber das dauert so ewig zu baggern. Habe ich lieber mal 5000 auf den Kopf gehauen für ein bisschen Erde. Jo, wir haben es ja und der Auftrag gibt ja auch wirklich genug Kohle. Da bist du ja nicht wirklich mit scharfer Rasierklinge rechnen oder... Ne, wie sagt man? Ach, mit einem spitzen Bleistift, genau, sowas. So wie normalerweise beim Bau üblich. Ja, normalerweise müssen wir eigentlich auch ein bisschen mehr pfuschen, ne? Ja. Da nimmt man keine frischen Abwasserrohre, nö, das sind die alten noch von Omi außer Wand. Ja, du, ich habe gerade heute, wo wir hier aufnehmen, habe ich davor eine Dokumentation gesehen über den BER, also den Berliner Flughafen, was da alles so gelaufen ist und so, wo ich halt so von wegen mit Geldverschwendung und so... Alter! Ein geiler Bau-Fusch. Boah, alter Falter, du! Da merkt man wirklich, also das hatte, ich habe ja mal so Architektur, habe ich ja mal so zwei Semester studiert und in der Eröffnungsvorlesung hat der Dekan gesagt, so von wegen, ja, Architekten haben es eigentlich relativ schwer, weil jeder Mensch bildet sich ein, er könne Architektur. Architektur, das kann jeder. So, und das hat man auch am BER gemerkt, wirklich, dass die ganzen, ja, die ganzen Politiker sich eingebildet haben, sie hätten Ahnung von der ganzen Geschichte und deswegen meinten, sie könnten da einfach mal Entscheidungen treffen und so. Äh, das Coole ist ja auch, die Maschinenbauer, beziehungsweise die Bauingenieure sagen ja immer, der Architekt kann schön, aber das hält nicht. Mhm. Das stimmt auch nicht. Nicht? Nein, das stimmt auch nicht. Also als, äh, Architekt, ich meine, gut, okay, das, äh, Bauingenieur und Architekt ist durchaus ein Unterschied, aber, äh, auch als Architekt musst du halt Statik drauf haben und solche Geschichten, ne? Ja, ja, aber meistens hält es halt irgendwie doch nicht. Hat zumindest letztens noch mir einen, äh, Bauingenieur erzählt. Ach, ja. Die sind da am Rumzimmern, die Architekten, aber so ganz klappen, wo das ist, wie die? Also haben wir mindestens doppelt so lange Schwänze wie, äh, jeder andere Beruf. Mindestens. Ja, 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 natürlich, Bauingenieur, weil das sind, naja, okay, auch nette Menschen. So, wieso lädt denn das jetzt wieder aufhören, ist? Weil ich das ja alles drüben zum Träger fahren muss. Ach so, du musst das hier abladen, warum hast du das da hingeschmissen? Äh, weil ich das schon, weiß ich nicht, äh, ganz am Anfang von dem Auftrag gemacht habe, wo ich nicht wusste, wo das hin musste. Ach so. Und wir hatten da ja noch keinen zweiten Pritschenwagen. Ach so. Ich glaube, ich fahre mal den, äh, den ganz hier weg. So, also jetzt ist noch das Amir-Eisen und dann ist alles fertig. Dann muss nur noch abgeladen werden. Ja. Ich glaube, das Amir-Eisen haue ich einfach oben drüber. Ja, da muss ja nur die paar Meter überstehen da, ne? Ja. Das geht nur, falls auch ohne sich. Aber Amir-Eisen auf die Plastikroge stellt, mhm. Ach, da muss so. Das muss so, ne? Ich bin Architekt und kein Maschinenbauer. Haha, okay. Aber ich werde jetzt nicht den Kran zurücksetzen, weil dann springt der immer kurz in die Luft. Ja. Das war ja von Hand zusammenfalten. Ja. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe mich so daran gewöhnt, das automatisch erledigen zu lassen. Ja. Naja, ist ja auch ordentlich bequem, ne? Ja. So, ähm, den Dings, den fahre ich auch mal weg hier, den, ähm, na, den Sattelauflieger hier. So, ähm, den Stahlhändler zurück, ne? Oder? Äh, ja, kannst du machen. Wo ist denn jetzt dieser blöde Stahlhändler wieder? Ähm, Baustoffhändler, Firmen, Hafen, Stahlwerk, da muss ich hin. Tü, 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 tü. Schön ist natürlich, dass ich das Amir-Eisen jetzt quasi oben drauf gelegt habe und ich brauche die anderen Sachen da drunter. Äh, äh, äh. Meinst du, ich mache gerade einen richtigen Architekt hier? Ja, ja, das ist, glaube ich, du machst, ich weiß nicht, nee, das machen wir lieber. Äh, ja. Dieses dusselige Navi, du willst mich doch verarschen, ich habe mir die Strecke doch eingeprägt, wo ich langfahren muss. Wer will mich ganz woanders lang lotsen? Naja, du mich nicht. Wahrscheinlich ist das, äh, der kürzeste Weg, ne? Ja, ja, ich habe mir den kürzesten Weg eingeprägt. Das ist, und der will mich irgendwie... Ich finde es auch ein bisschen sinnlos, dass wir einfach mitten auf einem Grundstück ein paar Rohre legen. Nicht irgendwo angeschlossen an die Kanalisation oder so, nö. Ja, vielleicht ist da ja noch, äh, was geplant oder so. Ach, da ist eine WLAN. Vielleicht kommt da ja jetzt ein Haus drüber, deswegen müssen sie die Kanalisation noch schnell da verstecken. Ja, das ist ein WLAN-Kanal. Achso, ja, gut, das kann natürlich auch sein. Ein WLAN-Kanal, genau. Da wird dann ein WLAN-Kabel drin verlegt, oder wie? Äh, ja, ja, da werden ein WLAN-Kabel verlegt. Okay. Ist wichtig, WLAN-Kabel sind immer wichtig, ansonsten haben die Leute ja kein WLAN. Ja, aber VGA-Kabel ist eh Beste. Jo. Kann man Strom mitgewinnen, wusstest du das? Ja, ja, das geht. Du brauchst halt drei Grafikkarten für und ein VGA-Kabel. Sag mal, bist du besoffen, oder was? Ach, nee, das bin ich, der Besoffene ist hier. Alter, hätte ich den blöden Anhänger mal zurückgesetzt. Das ist ja eine ganze Weltreise hier, die ich hier machen muss. Ich dachte, das ist einmal kurz um die Ecke und dann bin ich da, aber nee. Dieses blödes Stahlwerk, das ist ja JWD. Ich komme hier gut voran. Wisst ihr eigentlich, was JWD heißt? Äh, nö. Ganz weit draußen. Ah, und woher kommt das aus so echtem Slang? Ja, das ist so, so, naja, so aus dem Friesischen eigentlich mehr. JWD, Mensch. JWD. Aber ich musste gleich unbedingt mal Hermann und Werner schicken. Äh, nein, ich will den nicht ausleihen, halt. Ich will den zurückgeben. Ich will den noch zurückgeben. Ach, du lass das mal einfach mal stehen. Bis nächste Mal. Nee, 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 nee. Oh, die Erde kommt rein. Schöne 20 Kubik Mensch. Da kannst du mir das mitmachen. Ja. Wenn der Harpe nicht im Weg stehen würde. AP, die faule Zoe. So, wie konnte man den dann wieder abhängen, ja? Äh. Ach so, ich muss nicht erst die Stütze noch runter machen. Äh, lol. Na, das muss mir der Harpe jetzt aber mal erklären. Äh. Hä? Hä? Ich hab da alles reingekippt und hab nicht die ganze Summe gekriegt. Okay. Vielleicht hätte man dabei irgendwie singen sollen oder sowas. Ah. Ist gerade etwas irritiert? Wie kann ich in diesem blöden Anhänger hier abkoppeln? Also gucken kann ich, ich kann, wir müssen uns schneller fahren und so. Kann man sich hier in was Baustelle transportieren? Würde ich hier mal kurz den Dingens kommen lassen. Äh, könntest du vielleicht Dinge tun? Ja, ich möchte erstmal den blöden Anhänger hier abhängen. Ich weiß nicht, wie das geht. Wie geht das? Äh. Also du musst, glaube ich, erst die Stütze und so ausfahren. Ja, ja, das habe ich. Und dann sollte es eigentlich gehen. Ich kann ja nicht abhängen, ich kann ja nicht einfach auch wieder eine Budnix stellen. Kann ich nicht zurückgeben, wenigstens? Nee, kann ich nicht. Das ist ja ein Rotz. Das ist ja ein Rotz hier. So ein Klammer auch. Na gut, egal, dann lasse ich den hier stehen. Was soll ich machen? Ähm, vielleicht noch einen Ladewagen hier mit Erde holen. Äh, okay. Bin gerade noch mit Radlader zur Baustelle unterwegs. Probiere ich jetzt mal den direkt da reinzuschaufeln von daneben. Aber irgendwie ist das alles etwas eigenartig. Okay. Ich meine, ich habe 20 Kubik reingehauen und nicht 19 und habe vielleicht 5 Kubik gutgeschrieben bekommen. Okay, das ist seltsam. Gut, dann werde ich mir das mal schnell wieder... Äh, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin zum Kieswerk. Müssen wir hin. Okay. Äh, tütüt. Hallo. Na ja. Hm. Sollten wir das nicht während dieser Folge hier alles fertig kriegen? Ja, ich glaube, wir machen jetzt eine kleine Überlänge, weil eigentlich ist es nur noch das Reinschaufeln und dann die drei Paletten abkippen, da. Also ich weiß nicht, ob es dafür jetzt noch lohnt, eine neue Folge anzufangen. Glaube ich eher nicht. Na ja, ich spute mich auf alle Fälle. Ähm, ich gebe hier so richtig, richtig Hardcars. Hardcars, Mensch. Hardcars. Puff. Oh, die Ampel war leider massiv, die ist nicht umgefallen. Ups. Allgünstig. Ja, ich wollte eigentlich dem Bauhof nochmal ein bisschen Aufträge bescheren hier, indem ich ein paar Ampeln platt mache. Nee, ne. Der Radler kommt keinen 50 Zentimeter hohen Erdhaufen hoch. Ich glaube es nicht. Was ist doch, du kriegst hier die Tür nicht zu, Mensch. Nee, das ist ja ein Ding. Ding wie eine Manne. Muss man da irgendwas bei beachten, wenn man die Dinger zukippt? Ich weiß es nicht. Dass du es vielleicht gleichmäßig verteilst oder sowas, aber... Ja, aber ich schau mal, wie feiner kann man es ja dann gar nicht verteilen. Ja, du musst dich da vielleicht auch mit dem Besen und der Schaufel da hinstellen und das ordentlich da rankärchern. Ja, aber das geht ja nicht, Mensch. Das ist ja körperliche Arbeit, das ist ja verboten hier. Nee, nee, also du, auf dem Bau da ist das aber ganz anders. Da ist voll viel körperliche Arbeit. Ja, ja, aber hier nicht. Naja, stimmt. Das ist ja hier... Das ist ja nicht der... Eigentlich ist es ja nicht der Bausimulator, sondern der Baumaschinentransport und... ...Gedöns-Simulator. Ja, Gedöns trifft das eigentlich ziemlich gut. Ja, ja. Miep, miep, miep. Beach rückwärts. Also, ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber hier passiert nichts. Ah. Und eigentlich holt man doch die... ...die, äh, Dinger wieder aus der Erde raus. Hm. Ja, diese Stützen da, ne? Diese Spundwände oder wie die sich nennen. Spundwände heißen, glaube ich. Ja, genau. So. Jo, ich mach jetzt einfach mal den blöden Kipper hier voll. Ja. Die olle, volle rote Mulde. Dann sollst du mal gleich verführen, wie du das denn gerne abkippen würdest. Und dann sehen wir bestimmt, ob das denn, äh, von Erfolg gekrönt ist. Ja, ich hoff doch mal, ne? Aber jetzt muss ich erst mal wieder sehen, dass ich zur Baustelle zurückfinde. Nur, dass ich erst mal hier vom blöden Kieswerk wieder runterfinde. Die Ausfahrt, die ist nämlich so schweineeng hier mit der, mit der Mulde. Achso, falls du den Betonmischer suchst, der steht hier beim Kieswerk. Ah, okay. Also auf der Straße zum Kieswerk, von Kieswerk zur Stadt. Den brauche ich aber eigentlich gerade nicht. Ne, nur falls du mal suchen solltest. Oh. Der ist, glaube ich, voll mit Beton. Müsste mittlerweile auch schon fast hart sein, das Zeug. Das ist nämlich schon seit drei Wochen da drin. Oder zwei. Was ist nicht, auf alle Fälle schon länger. So, ihr blöden kleinen Transporter, macht mal ein bisschen Dampf hier. Kommt der eilige Doc. Da, tata. Notarzt unterwegs. Ich weiß echt nicht, was ich hier tun soll. Ach. Steck ich in der Map. Das ist nicht gut. Das tut der armen Map doch weh. Aber die Wartel ist dafür voll. Oh, gut. Gleich bin ich bei dir. Ich, äh... Ich sehe jetzt auch gerade nicht so wirklich eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Das ist das Interessante. Also man muss wirklich sagen, das Interessante, weil... Der hängt gerade quasi auf einer 10-Millimeter-Kante. Ja. Also da muss der raus. Das ist doch zirkusreif. So, das können wir jetzt verfüllen, sagt er. Okay. Wartelader ist blöd mal verloren. Oh, wie schlecht. Also hier ist er scheinbar mit zufrieden. Ich glaube, das musst du genau in den Zwischenraum kippen. Ja. Ich muss bloß halt mal... Dieser blöde HP, mach dich weg da, du fette Sau. HP Mensch. Sieh zu, da tun Landgewinst. Mensch, mach dich weg. HP. Hey, ey, 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 ey. Ey, der steht so pervers. Und dann am besten auch nur so ganz fein dosieren. Mhm. So. Okay. Stopp, stopp, stehen. Abkippen war mit, genau. Ganz fein. Millimeters. Nee, nee. Geht weiter, ne? Stopp, stopp, stopp. Meinst du, das ist so richtig? Guck mal, da geht immer noch nicht so wirklich was. Doch, da geht's. Geht bei mir geht der ja hoch jetzt, der... Der ganz... Vielleicht nochmal ein Stück weiter hier neben fahren? Ja. Halt vorwärts. Mä, mä, mä. Das geht ja nicht, dass das hier nicht geht. Nein. Guide nicht, gibt's nicht. Dat guide. Sabbel nicht, dat guide. Na, was ist los? Ein bisschen vorfahren, glaube ich. Nö, es geht weiter hier. Sag jetzt aber nicht, du hast auch genug drin, oder? Ja, ein bisschen habe ich noch. Scheiße, jetzt sag nicht, dass da zwei Kilo fehlen. Ach, Jo. Weißt du was? Was denn? Nimm mal einen Radlader und schaufel mal was rein hier. Ja, das ist eine super Idee. Und weißt du, wieso dat nicht geht? Ach so, weil du mit dem Radlader da... ...tief in der Scheiße steckst. Äh, okay. Kannst natürlich hier nochmal probieren, irgendwas zu... ...malorisieren. Äh, ja, versuchen wir's mal. Äh, okay. Seh ich jetzt nicht. Du siehst das Problem jetzt auch nicht, oder wie? Nee, ich sehe das Problem nicht. Warum der da nicht... Oh, vielleicht könntest du mich rammen. Weil du steckst vielleicht mit dem Vorderrad so ein bisschen in der Grube, ne? Häschen in der Grube ist er da. Du könntest vielleicht ein bisschen mich anspringen oder so, das geht ja auch nicht. Genau, ich springe dich jetzt mal. Nee, das... Ich würde eher so von vorne so ein bisschen so eine schiebende machen. Ja, 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 ja. Ja, es kommt der Superdog hier. Und er schiebt den fetten Radlader aus der Bauchgrube raus. Nein. Ja, der Superdog hat wieder zugeschlagen. Das ist... Das ist... Das kann mir keiner mehr erzählen. Dass das so gewollt ist. Okay. Ach, mit Manpower geht alles. Natürlich. Ja, weil du mal mit einer Superdog unterwegs ist. Soll ich das jetzt selber hier rein tun? Ja, schmeiß das mal hier vorne rein gleich. In die volle Grube da. Aber es ist so, dass du dich nicht festfährst. Naja, das war jetzt irgendwie nicht so an dem richtigen Punkt. Meinst du, hier ist der richtige? Nee, noch ein bisschen weiter. Fahr noch weiter vor. Weiter, 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 noch ein Stück, 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 noch ein Stück. Und jetzt abgib. Ja, ich glaube, da müssen noch drei Kilo rein. Das ist unglaublich. So. Machen wir die Schaufel ganz nach oben. Dass du da auch wieder rauskommst. Und zwar mit Erde. Vorhin hat es nämlich die Hälfte der Ladung verloren. So, noch weiter, noch weiter, weiter vor, weiter vor, weiter vor. Das muss ja eigentlich nicht in die Mitte, sondern daneben, oder? Ja. Eigentlich, naja. Nö. 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 Nee, ich glaube, du musst den wirklich hier hinten abkippen, dann. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich knall dir eine Schaufel in deinen rein. Ja, das wäre natürlich auch so eine... Ich glaube, du hast da den Träger nämlich genau noch drauf, sozusagen. Ja. Das können wir auch mal versuchen, ob das funktioniert. Auch das ist ja Kram, du! Ja, Mensch, was machen wir, du? Das ist schon ein Ding wie... Wann, nein, du. Sag ich immer. Kann sich ja noch mit dem großen Bagger gleich daneben. HP, sag mal, was soll man machen, ey? Das ist doch voll kiki hier. Ja. Na? Triffst du das so? Ja. Könnte passieren. Ja, doch. Ja. Was hast du drin? Äh, vier Kubik. Viertkommal, sechs Kubik. Das sollte eigentlich reichen, ne? Oh, rein damit. Sehr gut. Machen wir mal hier. Ja. Ja. Bullenkipper und der Gunnen, der ist auch im Wege. Mal hier direkt vorwärts, Abmarsch. So, und letzter Schritt, alles da in den Bereich packen. Wir werden übrigens noch eine zweite Folge machen können. Egal, äh, ja, hätten wir. Egal, jetzt. Ja, jetzt, mittlerweile ist es auch schon wurscht. Aber Chef, ich muss dir jetzt sagen, ich kündige. Ja, genau, das ist es nämlich. Wir wollen diesen Auftrag jetzt als letztes, äh, quasi noch vernünftig beenden. Und, äh, dann steigt der Doc hier als Angestellter aus, weil Mindestlohn, da wird er für mich zu teuer. Und schwarz unter der Hand will er auch nicht. Ich hab ja nebenbei noch genug Kohle an der Seite geschafft. Ich mach mich jetzt nämlich selbstständig und mach eine Konkurrenzfirma auf. Ja, du hast ja doch ein bisschen Barvermögen, ne? Ja, ja, 384.000 mittlerweile. Ah, quasi. Und ich habe privat nicht gespielt. Ich habe wirklich, das habe ich nur hier beim Guten verdient. Der zahlt echt gute Gehälter. Also, wenn er mal einen Job sucht, jo, ne? Ja, aber jetzt beim Mindestlohn, da bin ich halt raus, ne? Ja, ja, klar. Ja, Mindestlohn ist zu viel. Also, 8,50 die Stunde, das kennt mich, ne? Das kann ich nicht bringen. Das kann kein Mensch bezahlen. 100.000 pro Auftrag ist kein Thema, aber, ne, Mindestlohn, 8,50 die Stunde ist nicht drin. Ne. Das geht nicht. Also, hier gibt es immer Pauschalhonorar beim Guten. Ja. Wenn er mal bei ihm anheuern wollt, ne? Bist du also gar nicht hier auf Stundenbasis verhandeln, sondern einfach sagen, okay. Pauschale für den Job. Ja, 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 machen wir. Das ist kein Ding. Das ist überhaupt kein Problem. Da stellt er sich auch nicht an wie ein Mädchen. Da ist er echt großzügig. So, dann müssen wir mal hier, glaube ich, den komischen. Und die finale Palette? Den hier müssen wir mal zur Seite fahren. Na, fahr! Den ollen Knicklenker hier. Wow! Jetzt macht der Knicklenker hier. Oh, ich bin ein durchschnittlicher Gesinn. Ah, wir haben ein Haus gebaut. Oh. Ja, dann spreche ich noch eben den Vorarbeiter an und dann ist der Auftrag nämlich beendet. Okay. Dann werde ich mich auch mal von dem ollen HP verabschieden. Und gleich mal anhauen, ob der vielleicht bei mir anfangen will. Hey, HP alte Keule. Wie schaut's aus? Suchst du einen neuen Job? Hier bei einem guten Tag ist nichts mehr zu holen. Den haben wir so ausgenommen jetzt mittlerweile. Der kann auch nicht mal mehr Mindestlohn. Nee, auch nicht mal den Mindestlohn kriegst du hier. Dann fang mal lieber bei mir an. Da kriegst du 57 die Stunde. Aber du hast doch schön gleichmäßig verteilt, ne? Ja. Ja, das geil. Das geil. Na komm, dann quatsch mal kurz mit dem HP da. Dann quatsch ich nochmal gut. Sehr gut hier. Klappt ja wie am Schnürchen, Mensch. Den großen Bagger sollen wir auch wegfahren. Wieso? Der steht doch da gar nicht im Bereich. Der hat vielleicht die Schaufel noch auf dem Grundstück oder so. Oh. Abgefuckte Hühnerkacke. Machen wir noch ein Meter hier weg. Aber so langsam sollte es eigentlich... Ah, genau. Ja, jetzt ist... Neubaugebiet freigeschaltet. Und dann noch mal knappe 100 auf die Kralle. Jo. Schauen wir uns nochmal kurz das Neubaugebiet an, würde ich sagen. Auch, ja. Also die Kanalisation hat hier Sinn gemacht. Ja, richtig. Also das Haus braucht schon so ein 3 Meter Durchmesser Scheißrohr. Das ist ganz nur... Ja, das ist ja hier so ein Trafo-Ding ans Gedöns. Ja, ja, ja. Braucht ihr uns gar nicht in die Kommentare reinschreiben. Okay, Freunde. Ich verabschiede mich forever. Nein, nicht forever. Ich gucke vielleicht nochmal wieder rein. Was ist das hier? Siehst du das? Wie hier? Nee. War eben mitten in der Sprungbewegung eingefroren. Das sah aus, als ob ich jetzt gerade hier auf die... Ich mach auch am liebsten die Ballerina. ...auf die Ladefläche kacken würde. Okay. Na gut, ehe ich hier auf die Ladefläche kacke, sage ich lieber mal Tschüss. Äh, jo. Jo, tschau Leute. Tschüss. Tschüss.